Mechatronik Colloquium Hochschule Karlsruhe. Direkt aus der Entwicklung von Unternehmen. Eine einfache Lösung gegen den Diebstahl von Fahrzeugen bietet das Bauhaus. Komplizierter wird es bei Tempo 130, wenn plötzlich eine Familie auf der Autobahn erscheint. Wen fährt das autonome Auto um? In Deutschland den Papa, in Saudi-Arabien die Mama, in Indien die Tochter oder in Japan den Sohn? Wir sind gespannt auf den Vortrag Cybersicherheit und Risiko von vernetzten und autonomen Fahrzeugen. Begrüßen Sie den Mann der nächsten Stunde Sven Köhler. Sohn Sohn